Hallo, 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 herzlich willkommen zurück hier in Yelda Rado, ei, 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 hallo, ja, das darfst du auch noch mal laut sagen, hallo, der Ignoran ist immer noch da und der Master of Suicide ist auch immer noch da, als ob ihr mich loswerden würdet, oder wolltet, ähm, ja, wollen wir, wenn du einen Tank übernimmst, achso, wir haben schon, wir haben ja einen theoretisch, aber du kannst auch noch einen zweiten nehmen, das ist ja nicht so, dann würde ich noch einen zweiten Heiler in die Gruppe nehmen. Ja, das wäre, das wäre sehr schön, dann nehme ich doch eine Saria, oder Roadhog, Roadhog, Saria, Saria, du hast zwei Heiler, du brauchst keinen Roadhog, das ist die, äh, Futurama Titelmelodie, ja, ich hab's mir auch immer gedacht, jedes Mal erinnert mich das auch dran, ah, jetzt skippe ich, was ihr meint, das ist laut, die kann ich mit dem Laser, ja, und dann müssen sich wieder die Kunstbanausen einmischen, Wir sind eben total unmusikalisch. Ich bin hier nur unmusikalisch, das ist mein Alleinstellungsmerkmal, such dir ein Ereignis. Unmusikalisch sein ist also dein Einstellungsmerkmal? Wenn du an der musischen Schule warst, dann schon. Okay, ich stimme die hier vollkommen und uneingeschränkt zu. Nein, keine Faras, ich mag Faras nicht als Saria. Kann man wenig gegen machen, gell? Jaaa, sie können halt bald noch wenig gegen mich machen. Das ist der Punkt. Weil sie nerven halt, weil sie einen einfach immer rumschubsen. Oh Gott, ich habe vergessen, den Firefox zu schließen. Ah, da bleibt wieder ein guter Ping. Ich sehe ihn wieder auf uns. Ähm, der Seeadler? Ja, ähm, genau. Der Seeadler. Jaaa, na klar. Ich habe gerade den Tod an mir vorbeige... Jaja, und dann hat er mich gesehen und sich gedacht, nein. Lieber du. Dich lasse ich, aber die Mercy töte ich. Ist ja auch sinnvoll, man kann ja auch nicht sagen, dass... Tut mir leid, Mercy ist eben einfach wichtig. Du hättest drauf schießen können. Nö. Zwei Mal, dann hätte sie sich das erledigt. Ich habe eigentlich gedacht, dass er es leicht ruck jagt. Also, wollte ich mich mal außer Reichweite geben. Kannst ja beides machen. Das ist wahres Held. Das ging so schnell. Ja, ich bin toll, ich weiß. Ach Gott, da kommt der nächste Reifen schon wieder. Das ist nicht euer Ernst! Entschuldigung, mein Beileid. Die haben zwei Junkwets, ja? Ja. Und beide... Beide hassen mich offensichtlich wie die Best. Ah ja, ich bin heute gut drauf, muss ich sagen. Ich merke schon. Ich hatte heute echt gute Laune. Gute Kommentierlaune. Sehr lebhaft. Sehr lebhaft bin ich heute. Ich bin sehr emotional, leidenschaftlich bei der Sache. Temperamentvoll, könnte man sagen. Temperamentvoll, ja. Autsch. Besonders wenn du zweimal hochgeladen bist vom Grad. Ja, dann sowieso. Dann ist er auch noch hitzig bei seinem Temperament. Hitzig bin ich sowieso, so wie das im Moment warm ist hier. Ich geh hier ein. Ich schwitz hier wie so ein... Ne? Ja, klar. Der Vergleich. Als hier einen fühlen, welches viel schwitzt. Das hätte ich selber nicht besser formuliert können. Oh oh. Ich sollte endlich anfangen, diesen Laser mehr zu verwenden. Ähm, wir müssen das Ding auch bewegen, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst. Nö. Grenze alle vor. Kena an der Payload. Kena in der Payload. Und ich muss dahin, wo die Leute am sterben sind. Ich, ich push her schon. Dein Job? Ich push her schon. Ah! Naja, deswegen kann ich ja nicht zu Payload. Da kommt... Und da weggekommen. Hey! Schon wieder? Ja, ich mag das. Man kann damit Zarya immer so schön reinrennen, wenn er das Schild hat. Und das hochladen. Oh, warte. Nein! Ich bleib hier in der Ecke. Wahrscheinlich kannst du jetzt nie wieder spielen. Wenn Junkrat kommt, dann einfach im Spawn bleiben. In die hintere Ecke von... Wird ja unserer Mercy helfen. Aua. Aber unsere Mercy hilft sich selbst. Kann unsere Mercy nicht vielleicht nur wiederbeleben? Der ist ja nett. Was? Nein, ich werde ihm nicht für eine Wiederbelebung... Manchmal lohnt sich das. Ja, nicht in dem Fall. Ja. Ich wollt grad sagen. Ich will dich doch nicht. Aber ich will nicht laufen! Ja, ich auch nicht. Trotzdem hat die Tracer mich getötet, während... Unsere gute Zarya... ...mit aller Seelenruhe... ...daran vorbeigelatscht ist und sich dieses Draber angesehen hat! Sag ja nur, das war kein Vorwurf, Daniel! Nein, nein! Das... Gott sei Dank! Ich möchte nur erwähnen, dass die Tracer mich danach trotzdem noch erwischt hat. Ich kann euch doch nicht im Stich lassen! Ich kann euch doch nicht im Stich lassen! Was sagt sie eigentlich immer? Till Valhalla? Ja. Antill Valhalla. Naja, Till ist die absolute Zung. Ah, Antill. Ja, ja, Till ist auch ein Eigenname. Ja, aber es ist... ...ein sehr deutscher Eigenname. Findest du nicht? Ja, schon. Das erhöht ja den Gras bei der Verwirrung. Nein, es ist... Antill ist nur die... ...ausgeschriebene, lange Form, würde man sagen. Ah, der wird ja gar nicht zu uns! Das klingt jetzt überpanisch. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal... Klär das mal! Versuch's, aber der hat mich lieben. Nervt mich. Aua. Versuch's, er got me. Ah, ich krieg den Roadhog einfach nicht klein. Der heilt sich viel zu schnell wieder. Weil ich so wenig Charge krieg gerade. Weil keiner auf meine Schilder drauf schießt. Wie unangenehm. Natürlich, lass mich doch in Ruhe! Hot Sound. Du lebst doch noch. Ja, aber der rennt immer zu mir rüber. Der rennt doch die ganze Zeit an der Payload rum, der Roadhog. So, können Sie sich da hier mit jemandem Binnen drum kümmern? Dankeschön. Geht doch. Okay. Er ist schon eine halbe Ewigkeit unter uns. Hey Leute, schön euch zu sehen. Hey Reaper hinter uns, Leute! Was? Wer Reaper war? Reaper hinter uns, Leute! Der rennt einfach hinter euch her. Wartet nur darauf, dass ihr so eine Ulti zingen könnt oder so eine Scheiße. Gehen, da sieht was! Ah Gott! Da ist... Was ist das? Da ist die Ulti! Vielleicht weg von der Charged Streeper-Ulti! Ich bedanke mich hiermit für die Wiederbelebung. Hat sie was gebracht? Äh... Schon mal auf die Idee gekommen? Spitz für dich heute, ha? Eigentlich sind Tank und Highlight auf die Leute, die sich nicht in die Haare kriegen sollten, oder? Ne, eigentlich nicht. NEIN! Ich hab keinen Revive mehr, Leute. Pff... Ist mir egal. Da ist keiner von uns drei dabei. Das ist nur Fußvolk. Ey, Entschuldigung. Die Tracer! Äh, schnappt mich die ganze Zeit hinten weg. Wenn da jemand was gegen tun könnte, ich wär euch so dankbar. Weil dann könnte ich euch auch mal sinnvoll heilen! Ausnahmsweise. Das wär lustig, oder? Ich hab nicht mal Gold in der Heilung. Okay, wir haben ja auch Lucio. Der macht ja meistens auch. Dadurch, dass der halt dauerhaft um sich rum macht. Okay, ich bin einfach komplett nutzlos. Ich wechsle auf einer anderen Tank. Ähm... Was wollen wir denn haben? Ich spiele jetzt Roadtruck. Ich will simple Kills haben. NEIN! Aua! Ich glaub, der gegnerische Junko hat mich drauf beschimpft. Bin mir aber nicht sicher. Ähm... Wieso? Ne, der ist da nicht schimpft auf Chunky. Er hat gesagt, you are so fucking bad. Nachdem ich ihn halt ein paar mal nicht erwischt hab. Äh, was war denn jetzt denn los bei dir? Bei mir, oder bei wem? Ja, bei dir. Ich entschuldige mich, ich hatte Standbild komplett. Hat man gesehen, weil du standest. Nein, 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 nein! Ja, du hättest die Audio bei mir hören sollen. Das war lustig. Ich hab versucht dich zu heilen, aber... Oh, es hat mich ein Rad erwischt. Da bin ich wohl unter die Räder gekommen. Oh, ho, ho, ho. Ich bin bei dir. Uh, das war knapp. Ich... irgend... Nein, ich muss mir auf diesen blöden Witz mit Rad ab und Junkrat verkneifen. Weil's einfach so mies ist. Au, au, au. Da ist mal zwei Sekunden Roadhog und wird sofort geultet. Ja. Oh, danke. Nein. Hey, Leute! Ich nehme an, die Ulti hat nichts gebracht, weil da gleich gegen geultet wurde. Äh, doch. Wir haben ne Junkled Ulti damit gecountert, nochmal. Naja. Ich meine, Bits auf diese Kleinigkeit. Wenn wir da doch trotzdem alle gestorben sind, tut das nicht weiter. Heißt, es war praktisch ein Null-Einkauf. Mit Drill ist das klar. Ja. Ein Verlust-Feier-Ausgabe. Eine Null-Rechnung. Na? Wo ist denn der übergeschafft? Wir haben ja zwei Tracer? Wir haben zwei Tracer. Warum wundert mich noch überhaupt irgendwas? Hä? Wir haben doch nur einen Tracer. Wir haben... Ach nee, das ist die Diva. Hä, wer sind da... Ah, das ist die kleine Diva, die da rumgerannt ist. Sah da so komisch aus. Ich muss sagen, ich bin die Runde nicht sonderlich gut. Ich entschuldige mich dafür. Das mag ich hier sein. Wir sind jetzt alle nicht hören. Wir sind die Besten unserer Zunft im Moment. Da hat der Warthog mich mal rausgeholt. Ah, gut reagiert. Gut reagiert. Vom feindlichen Warthog. Der wollte zuerst die Tracer ranziehen. Hat dann mich gesehen und richtig schnell noch umgezogen. Noch kann ich an der Lurie sein. Ich weiß aber nicht wie lange. Nein! Nein! Die Tracer hat einfach meine... Oh Gott, mir Beileid. Boom. Okay, das ist vorbei. Wir gehen auch genau in diese Kranjade rein. Das ist stade. Ja, fand ich auch. Ich glaube gegen Temo und Yasuo verloren. Ja, wenigstens was. Ich habe noch nie McCree gespielt. Die Stunde hat geschlagen. Nett. Nett, nett. Ich würde mal sagen, ihr kriegt die Stimme. Ja, da kriegst du die Stimme für. Ja, da kriegst du die Stimme für. Ja, da kriegst du die Stimme für. Danke schön, danke schön. Ja, natürlich, natürlich. Ähm. Okay. Jetzt kommt... Ne, kommt keine Rückrunde? Äh, die Aufnahme dauert in diesem Moment zwölf Minuten. Ich glaube schon, dass da eine Rückrunde kommt. Weil jetzt gerade Match 10, 10 Minuten. Wir hätten dann in zwei Minuten vorhin gewonnen haben müssen. Kommt die Rückrunde. Wir werden sehen. Ja, Rückrunde. Da, 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 da. Ne, halt, das wird geclamed. Abbruch, Abbruch. Ja, super. Wir sind auf YouTube, wir dürfen das nicht. Das ist ein Cover. Ja, aber selbst als Cover. Dürfen die, ne? Das ist manchmal schwierig. Man darf sich nur nicht bei erwischen lassen. Und so, so Wörter sagen, die damit verbunden sind, die dann auffallen. Kino von Star und Wars. Ja, genau. Super, genau das solltest du nicht sagen. Nein, super leid. Ja, wieder verkackt oder? Ja, wieder verkackt. Ja, aber was haben wir denn noch geprägt für Defensive Heroes? So, ich möchte ja mal im Hinterland gerade mein, 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 mein Facebook im Messenger. Den Messenger aufmachen. Warum das? Ja, weil ich gucken muss, ob mein Bruder mir zurückgeschrieben hat. Die Gerechtigkeit wird genüge getan. Ach so, stimmt. Weil ich ja irgendwann weg muss. So, dann werde ich mal kurz jetzt reinhaft schnappen. Und Richtung, äh, Feinstapfen. Das ist eine gute Idee. Ihnen erstmal kräftig auf die Fresse gehen. Ja, ah, die Zuschauer, ihr seht eventuell jetzt gerade, ja, ja. Ich hab mir einen anderen Reinhardskin gerade reingehauen. Oh, 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 oh. Zeig, du bist nicht der Camouflage. Den Steinhardt. Ah, schön. Den Steinhardt. Weil ich den letztens bekommen hab. Gefällt mir besser als Bundeswehr. Der war in einer, äh, legendären mit drinne. Aber ich werde selbstverständlich wieder auf den Bundeswehrskin zurückwechseln. Wollte aber nur mal ein bisschen kurz den, äh, spazieren führen. Oh, komm schon. Jetzt hast du einen schönen Skin, dann gehst du wieder Armies, weil... Ja, ich find den Bundeswehrskin von Rainer toll. Ja. Der ist schon cool, da. Der ist ja... Der ist ja... Der ist ja... Der möchte ich ja nicht für dich kritisieren. Schade. Hä? Das wär schön gewesen. Naja, manchmal funktioniert jetzt... Da stand da auch einer, deswegen... Der stand da so unauffällig in der Ecke. Was hab ich denn mit meinem Internet heute? Ah! Äh, mein... Tracer. Nee, da bin ich nicht. An der Ecke hängen geblieben. Die Tracer hat einfach mich und mein Turret zerstört. Glaub's nicht. Wieso hab ich denn gerade keinen Schal? Oder wurde der Hartgegen geheilt? Das hab ich nichts bekommen. Irgendwo hinter uns. Ist ganz unangenehm. Autsch. Einiges im Feind. Ja, wir wurden surrounded. Mehr als. Wir haben da eine Taktik angewandt. Wir haben... Oh, die Petersburger Zangen-Taktik! Nein! Nein! Die können sie nur! Diese bösen Menschen! Diese Schweine! Die darfst du normalerweise nur in Wolfskaya Industries einsetzen. Was mich jetzt interessieren würde, warum du die Petersburger Zangen-Taktik in Wolfskaya... In der Russischen-Taktik einsetzen darfst, ne? Naja, sonst wär's ja... Nicht... Weil... ...Petersburg? Ja, gut. Aber das ist so logisch! Hey, Anna! Der Lambe! Oh! Nein! Harambe! Was soll das? Harambe? Achso, der Affe. Induriere es. Ah, die Tracer hat mich. Aber, okay. Dachte es wär, äh, der Affe gewesen. Die kam auch leicht verwechselt, das find ich auch immer. Ich weiß auch immer nicht... Naja, das haben alle auf mich gefeuert! Beide klein, beide recht wendig. Ich hab Gold in Schaden. Ich hab gar nichts. Sneak nicht. Jetzt spielt der andere Aufführwirt, okay. Na dann, Zeus. Zeig mir, was du kannst. Hör auf. Hör auf. Hör auf, der Affe will was um mich. Alter, könnte Zeus bitte aufhören, so... ...unangenehm zu sein. Zeus, ja. Wir sind das ja von Göttern gewöhnt, dass sie so Ausflücher sind, aber... Ja, das ist jetzt die Frage, wenn er sich nach dem Gott benannt hat, dann ist das unhöflich. Wenn er sich nach dem Dota-Charakter benannt hat, dann spielt er einfach nur... ...wie er immer spielt. Man könnte sozusagen, er ist IT. Ähm... Super. Aber wenn er sich nach dem Gott benannt hat, ist er doch bestimmt auch IT. Das stimmt. Ach Gott. Mit einer etwas moderneren Sprache leider. Naja, es ist mir lieber, als wenn er jetzt mit Altgriechisch kommt, dann hab ich so meine Probleme. Fände ich okay, dann müsse ich mir das Gelava nicht anhören. Ich hatte den schon befürchtet, fände ich okay, dann könnte ich mitreden. Ich dachte mir so, okay. Ne, Altgriechisch ist gerade so außerhalb meines Sprachbereiches. Ach, gerade so. Gerade so. Griechisch funktioniert, aber Altgriechisch nicht. Okay. Vielleicht funktioniert auch Alt, aber Griechisch nicht. Was ist Alt, bitte, für die Sprache? Oder Griechisch? Keine Ahnung. Ähm... Es müsste jemand die Widowmaker töten, weil sonst kann die dauerhaft in solche Geschütze einfach weg... ...schießen. Ich hab sie verletzt, also... Ich hab sie getötet! Das wurde mir gerade irgendwie nicht richtig angezeigt. Aber dem Rest hier. Also alles gut. Ich hab einfach bloß den Feuerschlag mal da rübergehauen. Affe! Affe mit Waffe! Für alle, die Hardzone spielen. Komm zu mir! Ahaha! Wow! Immer wieder gern. Der Verlag ist schon wieder auf dem Boden. Ich mag das! Die umzuwerfen. Traurige Schicksal von Affen, die gegen dich spielen. Die sind für den Maker! Ich bin... Blöde! Hau! 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 Wir wissen, wie's mir geht! Wir halt von... Ah ja, genau. Ach stimmt, du spielst ja kein LoL. Äh, Yasuo ist ein LoL-Charakter, der recht nervig sein kann und Temo auch. Also die sind sehr... ...kreativ mit der Namensbegebung. ...kreativ mit der Nasehung. Feuer, brau! Aua! Schlaf! Warum? Was habe ich getan? Bin ich so heißlich? Ja, ich bin so allein, allein. Nein! Du, ich schme... Armour-Fact, 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 ab! Dankeschön! Warte! Leben! Was? Hä? Du warst das da? Komisch. Ja, das war der Millimeter, den ich nicht weit genug war. Autsch! Du hast den Chunk getötet, bevor er seine Ulti... ...ausführen konnte. Nee, er hat den noch rausgehauen. Nein, nein, ich meinte, er war togel, bevor der Reifen wirklich angefangen hat loszuwollen. Dass er danach schon noch gestartet hat, hab ich gesehen. Irgendwas ist über uns... ...und zerstört mein Ping. Ich hab mir grad ein Sniper-Battle mit Widow-Mail gefeiert und hab... ...die hab ich doch grade gekillt! Ja... Okay, was ist denn los? Wer dolent da grade was? Ich bin an... ...lein hier! Ist doch nicht mal lustig! Das war ja fies! Das war ja fies! Schließt mir das auf! Nee... TXT-Datei sollte ja nicht meine Rechner-Performance fressen eigentlich! Ihr schafft das schon, ne? Ihr müsst den übrigens aufhalten! Wen? Ich bin fein! Achso! Also... Falls ihr das noch nicht ganz verstanden... Schön, mein Feuerschlag! In die Ulti von ihm rein! 40 Punkte! Wuhu! Ja gut! Das war dann wohl praktisch! Also, ich entschuldige mich, wenn man mich heute ab und zu mal kurz nicht hört bei euch. Irgendwie hab ich, obwohl ich auf dem WLAN-Router sitze, Probleme. Oder neben ihm! Nicht auf ihm! Sieben Leute, ich bin grad drückt! Schon wieder! Jeder hat so seine Probleme! Neeein! 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 Bin ich färb! Ich kann grad wieder abgestochen, dass sie hinkt! Das kommt jetzt... Warte... Dein... Dein Repertoire ist jetzt die... Wie war die... Welche Unke war das? Die Dschungel-Unke! Echt die Dschungel-Unke? Die Dschungel-Unke! Zusätzlich dazu dann noch der... Der Seeadler, oder? Ich versuch's gerade auf die Reihe zu kriegen, welche... Ja, der Seeadler auf alle Fälle! Und dann... Und dann... Dann jetzt auch noch die absterbende Seerruppe! Oder der absterbende Seehund! Absterbende Seehund! Danke! Äh, da! 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 Das wäre natürlich auch die Option... Hört auf drauf zu schießen! Mein Tyrrell hat Gefühle! Okay Jetzt ist keiner der Loper oder? Doppeltjogern hat sich wieder gelohnt. Ja. Wie immer. Und unser Reinhardz, standhaft wie immer. Ähm, jetzt, okay. Dieser Typ, ich verstehe ihn nicht ganz, denn, aber, denn wie hieß er? Zeus? Lost Beards. Der flamet die ganze Zeit schon rum irgendwo. Ja, melden wir ihm noch mal kurz wegen Belästigung. Ja, alle auf einmal 3-2-1-Reporten. Äh, nein, ich war zu langsam. Ich auch. Ich hab's nicht gefunden. So viele Optionen. Ich hab's geschafft. Wuhu! Lootbox, wollen wir die noch aufmachen? Die machen wir noch auf. Komm, wir verlassen die jetzt in Gruppe. Und wir machen noch kurz meine Wutbox auf. Wutboxen. Wutboxen. Okay. Viel Cash also. Ja. Ja. Und mir ist ja letztens aufgefallen, das ist ja für diese gute Acht für die Hüse. Das hab ich mir jetzt schon E-Mode geholt. Das hab ich nur noch nicht alles gerüstet. Was ist mit deiner Stimme passiert gerade? Das war, äh, nachdenklich. Hat man doch gehört. Da hört sich deine Nachdenkliche. Ich bin ja dafür, dass ich jetzt spare. Weil demnächst kommen ja wieder neue, äh... E-Modes. E-Modes. Reinhard-Skins und E-Modes und Sachen und tolle, ne? Muss ich mir ja alles holen. Ähm. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Lasst einen Like da, lasst einen Kommentar da. Schaut doch mal auf Facebook und Twitter vorbei. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.